Die sind höchstwahrscheinlich allgemein nicht die dümmste Waffe, die man benutzen kann hier. So, und auf ein neues. Also ich höre irgendwelches Gestöhne oder irgendwie sowas. Ach, da geht es weiter noch. Okay. Ich habe eben schon gefragt, wo das denn sein soll. Ich bin ganz froh, dass wir den Dietrich noch dabei haben. Den jetzt auch extra noch mal hätten holen müssen, hätte das überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. So, wir haben einen neuen Gegenstand eingesammelt. Das kann durchaus sein, dass jetzt hier neue Feinde spawnen. Immer auf der Hut sein. Da ist halt das große Problem, dass du nicht wirklich siehst, was dahinter ist, ne? Da ist dann da hier Schießpulver. Hm. Okay. Ein bisschen Munition. Ich hatte ehrlich gesagt... Achso, nee, warte mal. Hier ist irgendwo eine Leiter. Hm, angeblich ist hier eine Leiter. Ich sehe hier keine Leiter. Aber was ich sehe, ist ein Tagebuch. Eine Notiz eines Kanalarbeiters. In natürlich so einem Buch hier unten. Das macht total Sinn. Das ist jetzt schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor zwei Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammter, stinkender Mistviecher. Ja, jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus den Tunneln raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Tu das, mein Freund. Ich trinke erst mal einen Schluck und dann, weil jetzt gerade pausiert, und dann geht es weiter. Amnamnamnam. So, besser. Okay, aber wenn hier keine Leiter ist, kann ich dann doch hier hinten wieder hoch? Ich würde ja fast sagen, muss ja, ne? Wir haben bisher drei Gammers gehabt, ne? Natürlich immer darauf achten, ob von hinten vielleicht noch einer kommt. Ich finde das gut, dass eine Granate ein toter Hunter ist. Und zwar auch konsistent und zuverlässig. Der erste hat ja pistolenmunitionstechnisch ganz schön was eingesteckt. So, das müsste ja jetzt dann da lang gehen, ne? Dann geht es da in den Komplex und von da aus, könnte ich mir vorstellen, können wir auch irgendwie hier wieder runter. Oder komme ich die Schräge auch so wieder hoch? Und immer darauf achten, ob sich vielleicht von hinten noch einer anschleicht. Wenn man sich dann vergewissert hat, dass dem nicht so ist, guckt man dem vor einem beim Sterben zu, um sicher zu sein, dass der auch gestorben ist. Kann ich da wieder hoch? Nein. Ich brauche ja den Akku. Da oben ist ja auch noch eine Tür. Da muss der auch noch irgendwie durchgehen, ne? Gut, das kann man auch umgehen. Wenn wir hier halt durch die Tür gehen, ne? Nehme ich den Akku nicht wieder mit? Ach, das versiegelt die Tür dann wieder. Das ist so eine Geschichte. Na gut. Da, deswegen die Tür, weil wir jetzt wiederkommen müssen. Wir müssen die Tür aufmachen und dann wiederkommen und uns den Akku wiederholen. Weil wir den vorne noch brauchen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier noch irgendwo Zombies oder was haben. Okay, ich hätte echt gedacht, dass wir hier oben keinen Hunter Gamma hinkriegen. Die finde ich tatsächlich auch wesentlich angenehmer als die G-Imagos aus Resident Evil 2. Und offen. Geht mir mein Akku wieder. Was ist denn da in dem Raum? Nein, da ist nichts. Aber in den Wachraum könnten wir natürlich nochmal gehen. Wenn wir uns diese Vorratskiste mal angucken. Natürlich in der Hoffnung, dass wir hier... Haben wir natürlich nicht, ne? Haben wir natürlich nicht. Aber hier. Eine Gürteltasche haben wir. Gott sei Dank. Das heißt, wir können tatsächlich hier noch Sachen einsammeln. Noch mehr zu finden? Anscheinend schon. Ja, also da liegt, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Dokument. Bisschen Schießpulver. Oh, war es das schon? Ich habe aber noch Platz. Okay. Könnte ich nicht theoretisch einfach den Akku da rauszerren, während die Tür offen ist? Müsste das nicht funktionieren? Hier kommt auch noch einer. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. So, wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier. Okay. Dann sind wir ja quasi schon raus. Okay. Das erscheint mir wieder eher wie so ein Kristolenweg. Ich weiß auch nicht. Leute, ich bin nervös. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin Ihnen los. Super. Die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Okay. Gibt uns das eventuell die Möglichkeit, dieses Paket jetzt dann doch noch zu holen? Ich würde nämlich schon ganz gern wissen, was das war. Ja, toll. Mit einem Flammenwerfer, ja? Natürlich. Natürlich. Na. Gut, das war nur eine Frage der Zeit, ne? Dass er mit irgendwelchen Waffen anrückt hier. Die Frage ist, kann er hier rein? Oder bin ich hier nochmal sicher? Jetzt haben wir nochmal ein bisschen Heilkraut. Und ein bisschen Sprengstoff A. Was war das? Sprengstoff A plus Sprengstoff A? Das sind Explosivgranaten, ne? Drei Stück. Ja. Besser als nix. Lass mal das Schießkulberzeug weg hier. Habe ich noch Flinten? Ja, ich habe noch Flinten Munition. Die nehmen wir mal mit. Handgranaten, glaube ich, eine gute Idee. Und vielleicht ein paar gemischte Kräuter. So, was den Granatwerfer angeht, wechseln wir mal die Granatenarzt. Und die Brandgranaten packe ich weg. Denn gegen einen Gegner, der einen Flammenwerfer benutzt, glaube ich, sind Brandgranaten nicht so geil, oder? Wenn, falls wir denn tatsächlich gegen ihn kämpfen müssen. Oh, woher die ganzen Zombies hier? Ist hier was zu holen? Nein, ich muss hier einfach nur durch. Okay. Oh, was das? Das ist doch noch einer. Ja kommst du jetzt oder was? Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Danke. Da ist er wieder. Nach oben vermute ich mal. Er lässt sich ganz schön Zeit mit seiner Verfolgung. Aber wir sollten uns davon nicht beirren lassen. Der ist potenziell dann ganz schnell da. Was geht da? Hör auf auf mich zu schießen! Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte das nicht. Stress! Oh Gott, Leute. Oh Gott, warte, warte. Vor allem wir fliehen immer weiter nach oben, ne? Hier ist nichts, wo du irgendwie großartig fliegen kannst. Abrissverzögerungsankündigung. Ja, passende Zeit, so was zu lesen jetzt hier. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Okay. Oben gibt's also Generatoren. Die werden wir mit ziemlicher Sicherheit nutzen müssen, um ihn irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ich nehme mal nochmal Kräuter mit. Das ist ne Boss Arena. Das ist so offensichtlich ne Boss Arena. Ist es sinnvoll die Pistole mitzunehmen? Ist es an dieser Stelle sinnvoll die Pistole mitzunehmen? Ich will nämlich, ich brauche genug... Das Messer werden wir nicht brauchen. Ich will genug Platz im Inventar, dass wir alle Items da oben einsammeln können. Dass ich nicht wieder irgendwas zurücklassen muss. Die Dietriche werden wir grad nicht brauchen. Falls doch, lade ich halt nochmal. So, vier Slots. Das wird wahrscheinlich reichen. Wir werden ja auch noch Heil-Items verbrauchen. Okay, Leute. Geronimo. Der Raketenwerfer auch noch kommt? Der ist viel zu ikonisch. Natürlich kommt der noch. Die Kreatur besiegen. Die Kreatur besiegen. Okay. Ich wollte gerade mal gucken... Ich wollte gerade mal gucken... Ah, Cheater! Diese Kreatur... Also piace das. Gel sei das in der Mitte. Bist du auf? Wer war rett. axisIA, Zupke... Schül til hier in der Mitte! Ah, der lässt das Feuer regnen. Ja, und ich renne in das Feuer rein. Dumm bin. Da kommt er wieder angestopft. Oh, da hat sein Tank explodiert. So. Da hinten ist noch Munition, okay. Wo genau? Bei diesem Generator, zweimal Munition, okay. Er benutzt das Ganze als Knüppel, ne? Okay, der weicht so einem Scheiß aus. Boi, ei, 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 ei. Huch, schon gewonnen. Aber gut, dass ich den ganzen Scheiß noch eingesammelt habe. Das wäre alles Items gewesen, die wir jetzt nicht mehr hätten kriegen können. Ah, das war cool. Das war schon... Wow. Au. Ähm. Wollte gerade sagen, vielleicht ist er weg. Alter. Die heutige Aufnahme ist einfach nur purer Stress. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Also, dass ich jetzt... Vielen Dank.